Musik Meine Damen, meine Herren, hallo YouTube, der Onkel ist wieder da, wach und ausgeschlafen. Da ist er. So, wir sind wieder angezogen und Tag 181 spricht an, lass uns auf die Jagd gehen. Nebel. Ich muss noch ein bisschen erkunden. So, wir waren hier. Okay. Nehmen wir das mal schön mit hier. Ah, ja, ja. Ich habe mich übrigens entschlossen, die Mods, die ich fälschlicherweise anhatte, wieder zu entfernen. Das ist sonst too much und ich habe ja sowieso schon den Spielstand weiter verfälscht, als ich eigentlich wollte. Und ich glaube, das ist dann einfach too much. Also ich habe noch meine Mods drauf, die ich vorher drauf hatte. Also hier, Dot Shortcut. Icon Sign, der ist neu. Zeige ich euch nachher. No Smog Stay Lit. Und, dass die Lampen mir mal anbleiben. Den Stamina Hack habe ich drin, wenn ich ihn brauche. Und, nein, nein. Die anderen habe ich alle wieder rausgeschmissen. Denn, ich glaube, ich komme auch ganz gut so hier durch. So. Haben wir denn hier noch? Nichts mehr. Nückes. Das ist nicht viel hier. Was will er denn? Komm springen. Ruhig. Bisse. Da. Ja. Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich eigentlich hin will. Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich bin. Da. 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 Ich wusste, ich hatte es irgendwie im Urin, dass hier ein Abo rumläuft. Aber ist ja nicht weiter schlimm. Sind ja mittlerweile ganz gut ausgestattet. Und schon wieder, den wollte ich mal ausprobieren, wie gut der denn wirklich ist hier. Ja, der kann was. Der kann was. Und dann hau ich mit dem Hämmerschen den Trauger. Den Trauger kaputt. Und dann hau ich mit dem Hämmerschen den Trauger. In wenigen Tagen findet unser neues Event Holmgang statt. Und ja, wer da immer noch Bock drauf hat oder wer da noch Bock drauf hat, sich da vielleicht noch anzumelden, der sollte das schnellstens noch tun, bevor keine Plätze mehr frei sind. Und es nachher heißt, warum hat nix gesagt? Infos bei mir im Discord. Anmeldungen auch bei mir im Discord. Und ja, wäre doch ganz hübsch. Haben wir alle Spaß. Haben ein schönes Event. Würde ich mich freuen. Ja, die haben wir schon leer gemacht. Das heißt, hier waren wir also schon. Dann gehen wir auf die andere Insel. Aber ich gehe erst mal nach Hause und bringe das Zeug rein. Oh Gott, wie hieß es jetzt? Nebel? Okay, das geht. Achso, das ist übrigens dieses Iconscience, diese Iconscience-Mod. Das heißt, hier kann ich mir, anstatt mit Schrift das zu machen, einfach Icons hinsetzen. Das ist sehr, sehr geil. Das mag ich sehr. So. No Smokes, der lit. Warum funktioniert die nicht? Dicker. Ach, weil Tagsüber ist. Okay, dann sind die aus. Ja, alles klar. Ich habe verstanden. Ähm, so. Die Mod ist ausgestellt, mit der ich einfach alles um den Boden schmeißen kann. Holz ist full. Was haben wir denn hier? Glibber. Da oben. Alter. Ähm, Knochen. Der Rest ist Essen. Und die zwei Schwarzmetalle. So. Das. 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 Gemütlich. Neun. Hier habe ich zwölf. Besser aus. Ich weiß halt nicht, wann ich zur Queen gehen soll. Wann ist der beste Zeitpunkt? Gut ausgerüstet. Gut ausgerüstet, glaube ich, bin ich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Er wird mich töten. Wir gehen jetzt hier die Insel noch ab und gucken mal, ob wir hier irgendwie Richtung Jagdlut wieder kommen. Ich weiß es nicht mehr. Das ist ja auch schon. Ich weiß es nicht mehr. Ich will kein Sumpf, ich will Nebel landen, das wäre ganz cool. K.K. hier gleich bei kuppa hat er nebeneinander auch geil wir umgehen den sumpf mal ist halt auch nichts mein ebene kein nebel weit und breit warum siehst du großer sumpf du musst runter kommen was mir gerade auffällt ich habe doch eben ein abo kaputt gemacht habe ich keine wurzeln von dem aufgehoben war mein inventar schon voll wahrscheinlich ne ich habe nur den glibber bekommen also den habe ich ja weggepackt wahrscheinlich übersehen wenn man noch eine irgendwo oder war es das hier einige lösen ja renn weg renn weg solange wir noch kann ok gruppen also vier stück schon mal könnte noch ein bisschen eisen geben irgendwann wenn ich brauchen ja aber ansonsten gibt es hier nicht wirklich spiel und schon gar nicht das was ich wirklich super ja 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 es ist schlamm den würde ich mitnehmen wollen für das eine gehe ich besser ich denke hier ist die zu ende da kommt dann nichts mehr was wollt ihr denn und das war es hier weit und breit nichts zu sehen da drüben sondern ein bisschen so aber das war es hier erst mal da ist edelholz gerade Tchau. Moment, ich muss gerade was checken im Discord. So, jetzt. Uli. Palam. Nadeln, die kommen hier rein. So. Ich glaube, ich gehe jetzt zur Queen. Was soll passieren? Also, ich kriege doch das Maul und bin tot. Nadeln haben wir noch 109. Wir gehen jetzt zur Queen. Ich habe die Schnauze voll. Ich kann jetzt noch weiter durch die Welt hier spazieren. Hilft mir aber alles nichts. Wo ist mein... Hä? Moment, ich habe doch das Ding fertig. Da. Ich wollte schon gerade... Also, jetzt ging mir echt gerade der Stift. Jetzt ging mir gerade der Stift. Komm, ich gehe erst nochmal schlafen. Dann buffe ich mich nochmal. Dann buffe ich mich nochmal. Damit keiner sagen kann. Er ist super nett. Halt wie der Pfeilchen. Ja. Wir machen das diesmal richtig. Dann reparieren wir alles nochmal. Waffen uns nochmal. Ich weiß, das ist noch nicht komplett hier mit dem Buff. Aber 19 Minuten sollten reichen. Und ein Render. Was soll das? Was soll das? Ach, ja. Meine Damen, meine Herren Hallo YouTube Los geht's Ich muss mir gerade einen Screenshot machen Moment Jetzt müssen wir speichern Zack, da haben wir uns, das wird das Thumbnail Und los geht's Ich könnte was zu essen vertragen, ja, das wäre ganz cool Ich muss uns mal hochtickern Und dann gehen wir da rein, ne? Jetzt nach oben Wenn die Quere kommen könnte Komm runter, Baby Du willst noch nicht da oben bleiben Die Königin will alles Kriegt's aber nicht Jetzt kommt da Ach, warum geh ich denn jetzt raus? Man, das so eng ist hier Don't Don't Was ist es? ules Die Königin Wollt Und Du bist Wollt Das ist Jetzt Sie Sie Okay. Sieh hier? Komm, bleib hier. Hm, hm. Ah. 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 Was ist das? Was ist das? Was macht ein Hammer an Damage? Okay, geht auch. Was machen die Dings eigentlich auch? Aber nicht viel. Nicht viel. Bleib mal schön beim Papa. Okay. Alter, geh mir doch nicht auf den Sack. Alter, geh mir doch nicht auf den Sack. Okay. 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 Ja, genau. Ganz schnell wieder weg, mein Freund. Hm? Funktioniert aber gut. Hallo? Hallo? Hm. Au. Da hab ich nichts gegen, ne? Ja. Ja. Was war das denn? Oh, fuck. Okay, den hab ich gar nicht gesehen. Den hab ich nicht gesehen. Was soll denn noch essen hier? Zack. Zack. Ah, sollte erstmal reichen. Aber sonst lief das doch bisher. Ganz gut. Ja. 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 Okay. Ist jetzt Ruhe? Alter, warum kommen die Viecher von oben runter? Komm her, Baby. Da kommt noch einer. Das ist ja Wahnsinn. Da ist noch einer. Das ist ja Wahnsinn. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Wenn du da sitzen bleibst, wäre doch perfekt. Ach nee, nicht rausgehen, Daniel. Oh, oh, oh. Komm runter. Ich hab da seinen Bock drauf. Hey, komm, wir gehen auf den Sack jetzt. Ohne Spaß. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Gleich werd ich sauer. Ich werd sterben, ne? Ich hab keine Tränke mehr. Hab noch 8 HP. Unangenehm. Ich habe mich, dass sie jetzt nicht mehr erscheinen können. Aber das tut mir garst euch nicht. Aber dann hast du doch. Okay. Okay. Ich muss hier drin bleiben. Das war's, ich bin tot. Kann ich zuhause zumindest noch Tränke holen, das ist auch ganz cool. So, wir nehmen mal davon welche mit, davon welche mit und davon welche mit. Längere Ausdauer, gesund, das ist köstlicher mit, den nehmen wir auch mal mit. Boah, das ist zu viel, ne? Ja, scheiß drauf. Rinder. Man, jetzt einfach platt. So, haben wir alles. Wir haben gegessen. Wir haben alles an. Und Rinder. So, Uschi, wo bist du? Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Oh, oh. Warum erwischt ich mich? Verdammte Axt, ey. Warum? Ach ja, ey. Du bist nicht Barefoot Cookie, du trittst nicht. Du bist nicht Barefoot, du trittst nicht, du trittst nicht, du trittst nicht. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's. 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 das war's.